Hallialöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zu Need for Speed Payback. Eine neue Runde Spaß, eine neue Runde Mission. Jetzt habe ich gedrückt. Ich wollte eigentlich die Kamera drehen. Naja, habe ich eh gedrückt. Kommt vor. Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Convoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich? Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Mhm. Und das soll heißen? Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt, Shift-Log und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sagt deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke ihr die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge. War nett. Okay, neue Events verfügbar. Neue Missionen. Alles klar, Leute. Wir knöpfen uns den Riot Club und Shift-Log vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast, dann stimmen wir ihn ab. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen. Danke. Es wird Zeit für ein paar Drifts. Oh, und Jazz? Der Gambler sagte was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. Aha. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aus unserem Wrack wird wohl nichts mehr. Mann, das kotzt mich an. Ich würde das so gern finden. Dieses blöde Wrack. Wo könnte das sein? Wo könnte dieses Stück Straße sein? Hm. Das müsste doch hier irgendwo sein. Aber das sieht alles ganz anders aus hier. Mann, das regt mich auf. Na ja, wo kriegen wir, äh, ein Drag-Karren her? Mach dich mit Raz-Hilfe wieder mit, äh, Drag-Rennen vertraut, wieder. Aha, okay. Und fordere dann Big Sister heraus. Eine Drag-Racerin mit einer rebellischen Ader, die den Riot Club wie eine eng verbundene Familie führt. Ähm, das heißt, wir müssten jetzt einen Drag-Racer kaufen, oder wie? Ich guck mir das mal an. Vielleicht kriegen wir ja auch ein Geschenk. Das wär gut. Ähm, ja. Hier geht's lang. Ziemlich wenig los in der Stadt hier. An Las Vegas angelehnt. Mitten in der Wüste von Nevada. Wo geht's denn lang? Hier. Riot Club. Um mit den Drag-Cruisier mithalten zu können, brauchst du ein Drag-Setup. Ja. Du besitzt keinen Wagen der Drag-Klasse. Kaufe dir einen bei einem Händler. Wie wenn ich genug Geld hätte, mir so ein Ding zu kaufen. Wo sind denn die Drag-Händler? Ähm, Orte. Gelb ist ein Drag-Händler, wa? Ja. Oh, das ist ja geschickt. Schnellreise. Ganz bestimmt nicht. Wir brauchen jeden Cent. Ah, genau gegenüber. Okay. Na dann. Gucken wir doch mal rein. Drag-Setup. Diese PS-Monster sind für ultimative Geschwindigkeit auf gerader Strecke gebaut. Sie starten mit maximaler Nitro-Kapazität. Versuche, ein Wheelie hinzulegen. Alles klar. So, 42. So, 42. Reicht nicht. 49. Reicht nicht. Oh, SS. Schön. Und zureichende Mittel, sagt er da unten. Na ja. Mustang Foxbody. Oh. Was haben wir hier noch? Ach, das sind alles die verfügbaren. Oh ja. Da wäre ein guter Karren dabei. Was ist das denn? Ein Beetle? Okay. Krank. Oh, ein schöner alter Mustang. So ein, wie wir schon haben. Den wir aber leider nicht auf... Oh, was haben wir hier? Oh, Mercedes-AMG A45. Oha. Böses Gerät. Dodge Challenger SRT8. Oh, auch böses Gerät. Oh, und ein Skyline. BMWs, BMWs, BMWs. Was haben wir hier noch? Noch mehr BMWs. Oh, einen AMG GT. Oh, das sind schicke Fahrzeuge. Hm, GTR Premium. Ui, was ist das? Ein Acura NSX. Ha, und ein alter 911er Carrera. Wahnsinn. Was haben wir hier? Ein Audi A8 V10 Plus. Ui, ui, ui. Und einen alten Lamborghini Diablo SV. Boah. Das sind die Amalkaren. Was ist das denn hier? Beck Customs. Äh, ja. Okay. Und der Torsten im Bunde. Und der Torsten im Bunde. Der Pagani. Huah. 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 Wie auch immer. Wir müssen Kohle herbeizaubern. Wie sieht's denn aus mit den anderen Dingen, was da sonst noch so rumhüpft. Shift Lock. Kaufe dir einen Driftwagen. Agent. Das könnten wir machen. Fluchtpunkt. Da kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Kohle raus. Machen wir das mal. Denn ohne Moos bekanntlich nix los, wa? Hä? Ah, hier geht's raus. Ich denke doch gerade, hä? Haben die uns jetzt eingemauert hier, oder was? Ähm, wo lang? Hier lang. Gut, dann machen wir mal eben diese Heist-Mission. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen Kohle rausschlagen können. Bärm. Hab ich wieder zu spät gelenkt. Beziehungsweise eigentlich hab ich schnell genug gelenkt. Aber das Spiel hat wieder zu spät gelenkt. Immer das Spiel ist schuld. Im Zweifel hat immer das Spiel schuld. Oh, oh, oh. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Und dann hier? Nee, kann nicht sein. Hier. Nein. Hier in die Tiefgarage rein. Das ist auch falsch. Da meckert jemand rum, weil wir die Schranke kaputt gefahren haben. Also geht's doch hier lang. Was ist denn das für ein Navi? Schickt mich in die falsche... Über die falsche Fahrbahn. Also in die falsche Richtung. Verrückt. Verrückt. Ja. So, ähm... fahr ich immer an mein Fahrziel. Wo denn jetzt? Hier. Wagen wechseln. Gut. Jazz. Jazz mit ihrem Audi. Sportback. Den konnten wir noch gar nicht modifizieren, oder? Nee, ich glaub nicht. Driftet, Renometer und entkommen, bevor die Zeit abläuft. Versuchen wir mal. Gebt ordentlich Gewinn. Ist kein allzu hoher Einsatz. Vollgas. Vollgas. Erreiche den Fluchtpunkt. Na, dann mal los. Ach, was denkst du, du kannst die Cops abschütteln? Ich werde für eine Abholung bezahlt. Von Cops war niemals die Rede. Wir werden uns schon einig. Fahr einfach. Was immer du sagst. Wir verfolgen eine bessere gestohlen Fahrzeuge. Ruf. An alle Einheiten. NM1-6. Wird eine Korn-Reichverfolgung los. Ermitteln melden. So, jetzt haben wir zumindest mal eine kleine Straßensperre produziert. Aber ich glaube, ich muss mal ein bisschen Gas geben. Achtung. An alle Einheiten. Wir setzen jetzt Straßensperren ab. Na dann, Verfolgungsjagden kosten das Dreifache. Das Dreifache. Was? Du kriegst das Doppelte. Gut, ich fahr mal kurz ran. Warte, okay, das Dreifache. Fahr einfach weiter. Ja, okay. Ich hoffe, Sie haben Airbags. Chad Turner, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Alles klar, verstanden. Oha, ich glaube, das bringt nichts, die hier irgendwo reinrauschen zu lassen. Verstanden. Verstanden. Und da fliegen sie. Und da fliegen sie. Äh, wo, wo, wo? Hier. Okay, wir haben einige abgehängt. Das ist gar nicht schlecht. Aber ich muss auch die Zeit im Auge behalten. Ja klar, wie können die so schnell wieder da sein? Was zum Teifel. Oha. Du bist total irre. Danke. Ja, 13. Ja, der Wagen ist denn. Verstanden. Hau ab da, scheiß Bulle. Okay, Zeit verlängert. Ja, 13. Boah. Warum? Okay. Ähm. Oha, sie versuchen es halt immer wieder. Kann ich auch, hier. Unsere Freunde und Helfer. Ja, man sieht es, wie sie uns helfen. Ein werblicher Richter riecht den Fahrten im Entitore. Die knallen halt auch überhaupt nicht in Gegenverkehr rein. Das ist sehr unschön. Vor allem, weil wir ständig in Gegenverkehr reinknallen. Oh, und der Audi, der fährt sich so übel. Der schiebt so brutal über die Vorderachse. Adam 1, 35. Wie lautet die Rahmenbedingung der Position? Bei Trinken. Verstanden. Zielperson fährt in öffliche Richtung auf dem Solidar Drive. Oh, hier geht's lang. Ein bisschen Offroad. Oh, was ist denn denn gekommen? Wieso versuchte er es überhaupt? Sehr schön. Autolock fehlgeschlagen. Nebenwette. Trifft. Hat nicht gereicht. Oh, doch, hat gereicht. Oh, ja, geil. Sehr schön. 10.500. Jawohl, jetzt können wir uns die Karre leisten. Eine Speedkarte. Komm. Tempo. Kommt in den Audi. Bauen wir ein. Street liegen. Straßenrennen auf Road Drift. Drag. Die Bosse stehen zwischen dir und den Outlaw Rush. Ja. Genau so sieht's aus. Fahr zum Zielpunkt. Okay. Aber ist noch gar nicht vorbei. Kannst du mich zum Unterschlupf fahren? Oder kostet das auch extra? Na, das kriegst du umsonst. Wie lange machst du das schon? Seit meinem 19. Geburtstag. Also schon immer. Sieht ganz so aus. Was soll das heißen? Sie ist alt. Das Haus hat mich enttarnt und verraten. Du wurdest ins Haus eingeschleust? Du solltest echt mal mit meinem Boss reden. Hier wird ein Mädchen wie du Fluchtwagenfahrerin. Ich hab mir einen Streifenwagen ausgeborgt, als ich 19 wurde. Oh, und dann? Dann hatte ich irgendwann 20 Cops im Nacken. Und meine Zeit an der Academy war vorbei. Du warst ein Cop? Ja. Ich wollte rebellieren. Und du bist irre. Sagt der Typ, der das Haus hintergangen hat. Das ist was anderes. Ah. Mann, ich fahr echt wie ein Blinder. Das gibt's ja wohl nicht. Diese Kacksteuerung. Naja, gut. Da haben wir zumindest jetzt mal einiges an Kohle rausgeschachert. Damit müssten wir uns einen Drag-Racer zusammenbauen können. Beziehungsweise kaufen. So. Naja, ein bisschen verkratzt der Olli. Und da wären wir. Gut. Das war lustig. Lustig. Agent. Missionserfolg. Neue Mission. Ah, okay. Jetzt haben wir hier auch eine Quest-Reihe. Mit ihr. Ramirez hat mir viel über dich erzählt. Und nicht nur Schlechtes. Ah, du bist also meine mysteriöse Gönnerin. Ich wüsste einen Weg, dich zu beweisen. Interessiert? Ich schätze, Marcus Weir hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Möglich. Ich schicke dir die Infos. So, jetzt haben wir auch hier neue Events verfügbar. Aber wir müssten uns jetzt eigentlich auch den Drag... Obwohl. Dann haben wir so einen... So einen alten, gammligen... Wenn wir noch ein bisschen sparen und uns ein bisschen was Schöneres holen könnten, wäre es natürlich noch besser. Ich gucke gerade immer noch nebenher auf die Karte. Ob ich nicht doch irgendwo... ...die Stelle entdecke. An der... Der... Nissan... ...zu sein scheint. Aber... Nö. Aber hier vielleicht? Nein. Hier oben vielleicht? Habe ich hier schon geguckt? Das sieht aus wie dieser Zipfel da. Aber... Da ist keine größere Straße. In der Nähe. Und das geht auch nicht so schön zusammen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich will dieses scheiß Wrack finden. So ein Mist. Das ist doch scheiße. Das kotzt mich an. Sollen wir jetzt zuerst nochmal eins machen? Eiliger Aufbruch. Könnten wir auch noch. Wir haben... Okay, das wird knapp. Da Ramirez nur Gutes über dich zu sagen hatte, war deine Gönnerin bereit, dich mit einem weiteren Job zu betrauen. Hol ihren Kontakt in der Innenstadt ab und stell dich auf Schwierigkeiten ein. Dann könnten wir noch mal ein bisschen Kohle für unseren Drag Racer rausziehen. Dann müssen wir nicht den günstigsten nehmen. Das wäre glaube ich gar nicht schlecht. Wie weit sind wir denn entfernt? Oh, gar nicht so weit. Ach komm, das machen wir schnell. Dann haben wir da auf jeden Fall nicht die ganz billigste Karre. Ach, der steht immer noch da. Den habe ich vorher ein bisschen umgeschubbt. Ein bisschen angeschubst. Ja, klar. Navi sagt wieder, ich soll in die verkehrte Richtung fahren. Warum nicht? Brems. Wand mitgenommen. Ein Navi, das einen in den Gegenverkehr schickt. Oh Mann, das wünsche ich auch niemand. Okay, dann hier. Heiliger Aufbruch. So, da haben wir es schon. Start. Erreiche eine Geschwindigkeit von der 200 Schließe, das Eventbe... Ja, machen wir doch. 201 kmh dürften kein Problem sein. Oh, okay. Nimm keine direkte Route. Wir müssen sie von der Spur abbringen. Alles klar. Wenn, wenn sie. Wer ist sie? Was schreien die da rum? Feiern die mal ein Auto oder was? Den lumpigen alten Audi hier. Wen müssen wir abschütteln? Da ist doch niemand. Also ich sehe zumindest mal niemand. Okay, gibt es einen Grund für die Eile? Meine Freundinnen glauben, ich pudere mir im Bart im Nase. Aber ich habe einem der Leutnant das Handy geklaut. Das Haus schon wieder. Die Kerle sind echt überall. Irgendwas läuft da. Seit dieser Konvoi gekapert wurde, liegen die Nerven blank. Okay, hier 210 kmh zu erreichen, ist doch ein bisschen schwieriger. So, hier können wir Geschwindigkeit erreichen. Was ist denn das? Wo führt denn die... Was denn? Okay. Und das weiß ich auch nicht, was das war. Ich glaube, wir sind über den Stein gefahren. Oder so. Was tut da so? Oh, die Zeit läuft ab. Oha. Ja, was soll die Scheiße? Sag mal. Scheiße, Kohle verloren. Ach, verdammt. Machen wir gleich nochmal. Die Nebenbette nehme ich nochmal an. Das kriegen wir schon hin. Was hat die da für ein Tattoo? Okay, Party Time. Los geht's. Das ist der falsche Wagen, Miss. Wohl komm, Jessie Camilla. Und gib Gas. Wir haben es nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. Zack. Und ja. Was ist Trolley? Okay. Ähm. Just Runner. Oh je, oh je, oh je. Hm. Ja. In der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. Ähm. Wenn es dann wieder heißt, Time to Play. Mal versuchen, ob wir es dann hinkriegen. Und dann gehen wir auch schon einen Drag-Renner kaufen. Ja. Aber zuerst noch ein bisschen Kohle sammeln. Und dann geht's da weiter. Bis dahin. Macht's mir gut, meine Freunde. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Ähm. Need for Speed. Payback. Und natürlich Time to Play. Bis dahin. Ciao.